Ja, liebe Leute, dann schauen wir uns mal die Ausstellung der Kunstschmiede Maria Lach an. Faszination, Metall mit Holz, Glas und Stein. Ich finde diese Art der Kunst wirklich wunderschön, wie man das miteinander kombinieren kann, die Materialien. Sehr geschmackvoll gemacht. Ja, das betrifft sogar natürlich auch Gräber, den Kreuzen. Aber diese Steine, da hat es mir gefallen, ganz besonders. Und das hier, als Grabsteine, aber es geht auch anders als Brunnen. Wunderschön. Oder auch halt eben als Adler in Basalt. Natürlich auch als Beleuchtung, das ist eine Außendeutschne. Ein Brunnen, einflussreich. Eine Eule in Basalt. Ein Adler. Eine Ballerina. Ja, die Preise stehen ja auch bei, aber Lassen wir mal lieber weg. Denn dieses Mädchen lesend auf Baumstamm in Bronze gegossen, hat einen Preis von 1620 Euro. Zum Beispiel. Oder wer sich diesen schaurigen Stein gerne in den Vorgarten stellen würde, kann 3695 Euro braten. Das ist eine Annahme, der in die Hütung. Das ist das, was wir tun, das ist das, was wir tun. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe in Franischen Bronze gegossen. Ein Kleinbauch an meiner Seite. 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 Ein Kleinbauch an meiner Seite.